Scheiße, 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 ich brauche mehr Fähigkeiten. Ah, shit. Ich hätte ganz gerne diese Fähigkeit. Weil die ist am Anfang ziemlich nützlich. Ah, shit. Verteidigung, Angriff. Einzummein muss weg, weil das ist noch zu stark. Dieses Bouncing Claw. Claw, Claw, entweder Verteidigung oder Angriff. Angriff. Ja, nee, Angriff, ja. Okay. Achso, Y wieder. Ja. So. So, was... Uh, Resist Elik. Ah, sehr schön. Resist Elik. Alles klar. Das ist super. Dass du sowas lernst, ist sehr, 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 sehr cool. So, mir brauchst du nichts beibringen. Denn ich kann das nämlich schon alles. Bist du... Ah, halt. Vergiftet. Wir haben ja jemanden, der das wegmachen kann. Perfecto Motico. So, Lifestones. Oh. Nice. Hier sind... Ja, hier waren sogar welche. Aber... Das war jetzt... Komplett die Blind. Jetzt gucken wir mal, wie viel das absieht. Also, wie viel Mahne ich wiederkriege. 17. Na gut. Ich bin aber auch jetzt nicht der... Der komplette... Äh, komplette... Alter, du hast zwar einmal gequittet, aber... Uh, die ist schwach dagegen. Einmal gequittet, aber... Ah, der ist fast tot. Das zeigt mir dieses rote... Rote... Fluss an. Jetzt ist es grün. Pass mal auf. Und jetzt... Mal jetzt mal den. Ist der noch grün? Jetzt dürfte es rot... Oh. Okay. Denn hat es doch keine Bewandtnis. Na gut. So. Irgendwie... Wo soll denn hier... Ist hier wirklich ein starker Dämon? Aber eigentlich haben wir doch... In dieser Mitte... Eigentlich alles erkundet, oder nicht? Ja. Da. Habt ihr gesehen? Da. Da, 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 da. Das habe ich mir noch nicht angeschaut. Okay. Der muss sich jetzt irgendwie... Hier rauf. Ach. Der offensichtliche Weg ist ja einfach so anscheinend. Wir müssen hier irgendwie auf die Boote wahrscheinlich rauf. So. Habe ich recht? Bestimmt. So. Ihr kleinen Mistviecher. Ich wollte doch mein Team noch auswechseln, merke ich gerade. Dass ich jetzt sozusagen andere Viecher trainiere. Na, egal. Ah, ist er vielleicht tot? Ne. Ach, warte. Ich hole mir jetzt den extra Zug. Okay. Na gut. Ich habe vergessen, dass er danach dran ist. Das bringt mir natürlich nichts. Ich hätte ganz gerne so ein Quit-Def... Alter. Quit-Defense. Du wirst ja aber... Das wird es wahrscheinlich nicht so geben, so richtig. So, next. Das ist natürlich der Nachteil an den Hooligan, ne? Dass er sozusagen nur Iwa, äh, Shoot hat. Ist natürlich ziemlich ärgerlich. Weil wenn er nämlich nur Shoot hat, dann kann ich wirklich ihn, wie ihr bei dem gesehen habt, einfach... Das ist einfach manchmal scheiße. So, er ist fertig. Sie ist auch fertig. Die sind alle fertig hier. Das ist super. So, der Hooligan kommt erstmal... Weg. Denn er hat nämlich ein bisschen mehr Weezy auf alles. Und er ist eigentlich nur schwach gegen Dunkelheit. Und er ist auch gegen alles immun, sozusagen. Das ist ein sehr komisches Team jetzt, sag ich mal. Aber es läuft. Und wie komme ich jetzt da... Achso, ich hätte einfach Lust. Ach. Ja, manchmal ist es... Ach, stimmt. Wir müssen mit dem Boot. Stimmt. Das mit dem Boot war das. Ich habe das mit dem Boot vergessen. Oh, meine. Eine komplette Folge erstmal verbraten, wo wir jetzt hin müssen. Cool. Soll ich es wagen? Ja, ich komme. Ich wage es. Ah ja. Immerhin. Ein bisschen Feuer machen. Letztens war hier... In der Stadt in der Nähe... War dort... Äh, war... Dorffest. War Stadtfest. Oh, das war gut. Und... Ey, war das so nervig, da dann sozusagen Auto zu fahren. Also... Abends. Also auf dem Dienst. Oh, das war so nervig, ey. Weil dann überall besoffene Leute rumliefen. Und das um zwei morgens, ne? Ja, gut, es war Freitag, aber trotzdem. Ey, so nervig. So. Kurz mal hochgeheilt alles hier. Auch den Hooligan. Aber wir können doch da noch reingehen. Oder nicht? Wartet mal. Speichern wir. Ey, das mit dem Boot habe ich total vergessen. Dass hier noch ein Boot ist. Oh. Okay, das wird... Das geht nur um das Jumpen hier. Na gut. Dann schnappe ich mir noch das Relikt. Und dann gehe ich wieder zurück. So. Halt. Nein, 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 nein. Wir gehen schnell hier durch. Ja. Alter, echt jetzt? Boah, ey. So ein Arschloch. Ey, ich hasse diese Horden hier, ne? Also, hier in diesem Gebiet. Die hasse ich. Die sind total nervig. Ey, ich kriege die auch fast nicht tot. Jetzt mach den bitte tot hier. Oh, schade. Eis? Nee. Okay. Muss ich anscheinend schon ausprobiert haben. Ich heile mal. Hä? Was war das? Ist krank. Ja, was bringt mir das denn? Dass du krank wirst. Wahrscheinlich gar nichts. Ah, es wird... Ah, es wird... Ah, es wird knapp. Ah, sehr schön. Ich hab dafür meinen ganzen Mana verbraten. Das ist natürlich scheiße. Ah, ey. Ich will wissen, was hier, was jetzt Phase ist, jetzt hier hinten. Aber wenn jetzt hier ein Kampf kommt, bin ich im Arsch. Weil ich hab nämlich keinen Mana mehr. Also ich nehme hier natürlich die Chagra-Pools. Chagra-Drops. So. Nee, die hebe ich mir auf. Die hebe ich mir auf. Für den Kampf. Wobei, Apis hat... Hat schon wenig... Na ja, komm. Das muss jetzt... Kommt hier keinen Kampf? Und ich bin ziemlich im Arsch dann. So, Quest. Was hast du denn angenommen? Ach, das hier. Das Kind. Ja, weg damit. Hab ich immer noch nicht gesucht, wo das ist überhaupt. Also mich jetzt nicht so sehr damit beschäftigt. Aber man merkt, dass... Wenn so eine Anfrage kommt... Dass hier irgendwas sein muss. Also irgendwas Wichtiges. Also ein Kampf. Kannst auch wieder da unten bleiben. Oh Gott. Ich kenne einen Kumpel, der hasst es übelst, wenn jemand Boahu zu ihm sagt. Äh, okay. Oh nee, das ist so ein Kampf. Oh nee, der schickt erst seine scheiß Horden, damit ich meinen Mana verballere. Und dann kommt er selber. Na geil. Na, darauf habe ich ja übelst Lust. Okay. Erstmal unsere Ausweichrate erhöhen. Ja, wir buffen uns erstmal. Seid ihr auch nicht schwach dagegen? Ach, schade. Hier, okay, gegen Feuer auch nicht. Alter, nicht dein Ernst. Nicht euer fucking Ernst. Okay. Erstmal die Defensive wieder erhöhen, ey. Sonst wird das hier überhaupt nichts. Ich hoffe, das funktioniert alles so, wie ich es mir vorstelle jetzt. Also ich gehe jetzt wirklich erstmal auf die Buff-Reihenfolge und dann... Scheiße, ich habe gleich kein Mana mehr mit dem Typen. Uh, das hast du sehr schön gemacht. Ja, das ist mir egal, ob du weiter geht. Ja, von weiter könnt ihr so viel Mana klauen, wie ihr wollt. Das ist mir vollkommen fäng. So, das ist nämlich ziemlich gut, dass man hier so ein bisschen nachgucken kann, wegen den Buffs. Dass man immer so sieht, wie viel man überhaupt hat. So. Ich... Ne, ich klammere mal ein bisschen Mana von denen. Ah, super, ey. Ich habe fünf Auskriege und neun Schaden gemacht. Geil. Hat ja bestimmt sehr viel gebracht. So, jetzt. So. Halt. Nächster. Und einfach mal... Ja, kommt. Nochmal verteidigen. So, das... Das läuft. Ach, dass der das nicht ausweicht. Alter. Okay, achten wir jetzt mal drauf. Naja. Acht Mana dazugekriegt. Das ist jetzt nicht die Welt. So, jetzt erst mal weg mit dir hier. So. Na? Alter. Das fiese ist, ich muss fünf Mana dafür ausgeben, um das Mildwain zu machen. Das ist irgendwie auch bescheuert, weil... Ja. Jetzt muss der erst mal hier weg, weil der hat mich übelst ausgelaugt. Ja, jetzt kommt er natürlich. Aber wir müssen jetzt unsere Buffs noch haben. Perfekt. So, das heißt... Ich nehme jetzt meinen Chakra-Pod... ...für mich. Und attackiere ihn weiterhin. Denn das ist nämlich meine einzige Möglichkeit gerade. So, mein letztes Mann hebe ich auf bei ihm. Er ist schwach gegen Feuer. Alles klar. Okay, er hat... Er macht meine Dinger wieder runter. Er hat sie komplett runter gemacht. Okay, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir echt gar nicht. Eieieiei. Na gut. Der ist fast tot, ne? Der da. Ja, komm. Mach einfach mal. Und... Feuerattacke. Ist doch klar, bei dem ganzen Gestürb, was da bei ihm rumhängt... ...dass er schwach gegen den Scheiß ist. So. Er soll die Verteidigung wieder erhöhen. Vielleicht habe ich Glück und er macht nochmal irgendwann. Danke. Genau deswegen habe ich nämlich das gemacht. Das war wirklich so. Das habe ich jetzt wirklich damit gemacht, dass er das nochmal macht. Damit er einen Zug verschwendet, um mir das wegzumachen. Das habe ich bei Lucifer Skull auch gemacht. So. Willst du gar nicht mit uns reden hier eigentlich? Ist irgendwie ein bisschen erbärmlich, dass du nicht mit uns redest. Die anderen waren irgendwie gesprächiger. Wenn du einer von den anderen bist. Mach doch deine Scheiß... Okay. Die anderen waren wirklich schwerer. Die anderen Bosse. Ich habe schon wieder Hunger, ey. Look here, Sonny. Is our dogs learned a new trick. Wer von den ganzen Schlangen spricht denn jetzt von mir? Naja, gut. Er muss eins aufgeben. Attack know how. Ja, das brauchen wir wirklich nicht. Ne, wollen wir eigentlich nicht, oder? Ne, möchten wir nicht. Ach, das war der. Alles klar. Das war der Fuzzi. Jetzt können wir nämlich nach unten gehen. Was ist das? Es ist positivisch schrecklich. Was ist so schön? Du gehst, Jonathan. Was... was ein indescribable Stench! Oh, es ist positiv und schrecklich. Ich bin sorry, Walter. Es ist zu viel für mich zu beheben. Es tut mir um, dass unsere Lugzurer's nicht in diesen Zeiten zu halten. Ja, was soll denn, hast du mich über den schwarzen Peter oder was? Jetzt hab ich den Scheiß, oder was? Ja, super, dass wir kein Gerost-Fernsehen haben. Noch nicht. Schade. Gut. Hm, stark war der jetzt nicht, ehrlich gesagt. Äh, geht weg. Boah, nicht ne Horde, ey, das ist... Oh, Mann. Fass euch, ey. Haut doch bloß ab. Boah, 720, ey. Ich will den Boss wieder zurück. Ganz ehrlich. Der war... Der war aber wirklich ziemlich einfach. Okay, Eis dürfen wir natürlich nicht machen gegen die. Dagegen sind sie immun, erscheint. Ich frag mich, wie das mit der Horde eigentlich... Also, welche Resists die denn überhaupt haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sozusagen als eigenständiges Monster gilt. Und dass man sozusagen, ja, als eigenständiges Monster das sieht. Weil, stellt euch mal vor, man hat so ganz viele verschiedene Monster zusammen. Und dann hat man es so zusammen, dass die eigentlich gegen alles immun sind. Also, komplett alles. Und... Aber ich denke mal, dass es sozusagen als ein Monster gilt. So, tschüss. Jawohl. Level ab. Das läuft. Das heißt, ich krieg wieder 10 Punkte. Das sind meine... Das sind meine... Ja, meine Dinger, die ich brauche. So. Hier noch ein bisschen, damit es ein bisschen schöner aussieht. So. Nice. Burrows. Haben wir hier keine... Doch. Doch. Haben wir. So. Ich werde jetzt... Da ich das schon längst wieder machen wollte... Nee, 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 nee. Ich brauche unbedingt... Hier. Das brauche ich unbedingt. Ja. Die brauchen unbedingt mehr Skillpunkte. Oh, wieder 30. Ah, das ist schön. So. Die brauchen unbedingt mehr Plätze. Ach so, ich muss diesen... Ah, jetzt habe ich sie starrt mit dem Gestripp hier. Oh, nee. Oh, nee. Ja. Ja, ausgewiesen. Ihr Penner. So. Jetzt habe ich diesen dummen Kopf, ne? Und schleppe ihn die ganze Zeit mit mir herum. Alter, ich muss das so hardcore stinken. So. Chair und Marker. Gibt jetzt... Nicht so viel. Ach, Quatsch. Ich wollte gerade sagen, die hätte so viel. Mana? Ja. Wie bei mir. worse. Ja. Wie bei mir.